Musik Ich bin die Ulla Kastner und mache bei dem Projekt Aktivlotsinnen im 15. Bezirk mit. Musik Es hat mich interessiert, weil es darum geht, dass man ein bisschen mehr Kontakt zu seinen Nachbarn bekommt, speziell ältere Leute. Man sieht seine Nachbarn, aber man kennt sie eigentlich nicht näher. Musik Die Wiener Sozialdienste haben gemeinsam mit dem Wiener Hilfswerk, den Nachbarschaftszentren, ein Projekt im 15. Bezirk gemacht, das hieß Aktivlotsinnen in Rudolfsheim 5 Haus. Da ging es darum, ältere Menschen zu befähigen, miteinander gemeinsam aktiv zu werden, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Als Aktivlotsinnen haben wir Schulungen bekommen und Informationen über Gesundheitsthemen und über Sozialberatung. Als Gesundheitsthemen zum Beispiel Diabetesberatung, weil dann ja eine spezielle Ernährung erforderlich ist, Lebensmittelunverträglichkeiten und Erste-Hilfe-Kurs, ein Basiskurs und mit Übungen dazu. Zusätzlich noch Sozialberatung, also rechtliche Hilfestellung, die man manchmal benötigt. Und da das niederschwelliger ist als Bezirksberatung, ist es auch vielleicht, manchmal kennt man auch dann die Leute und tut sich somit auch leichter, hierher zu kommen. Musik Sie haben auch erfahren, dass es verschiedene Pässe gibt. Also wenn ich unter einem bestimmten Einkommen bin, habe ich die Möglichkeit, günstiger einzukaufen in diesen Märkten. Oder sie haben kennengelernt, was ist ein Kulturpass, was ist ein Tu-was-Pass. Das alles bietet die Stadt Wien an, damit auch Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben, sozusagen nicht ausgeschlossen werden, sondern teilhaben können an kulturellen und sportlichen Aktivitäten. Und ja, das ist ganz was Wichtiges, dass Menschen, die rausgehen, ihre Zeitteilen, eine Tagesstruktur haben und sogar sie am Leben teilnehmen, dass sie möglichst lang gesund bleiben. Musik Wo gehe ich hin, wenn ich eine Hilfe zu Hause brauche, zum Beispiel? Ich brauche Daheimhilfe. Ich würde zwar gerne zu Hause weiterleben, aber ich schaffe nicht mehr alles alleine. Was mache ich da? Bei Sozialberatung ist jemand von den Wiener Sozialdiensten gekommen und hat uns etwas über Ergotherapie erzählt. Die kommen ins Haus und schauen sich das an, was man benötigt und sind auch behilflich dabei, die Wohnung zu adoptieren, damit man so lange wie möglich eben zu Hause bleiben kann und selbstständig sein kann. Musik Jeder Mensch hat eigentlich das Bedürfnis, sinnvoll tätig zu sein. Und wenn das nicht mehr möglich ist, entweder altersbedingt oder durch eine Erkrankung oder durch einen Unfall, dann wird alles zu einer Herausforderung. Und dann kommt die Ergotherapie zum Einsatz. Das heißt, wir machen Hausbesuche. Wir schauen uns die Wohnungen an, probieren verschiedene Hilfsmittel aus. Wo liegt das Problem? Analysieren einmal. Ist es beim Anziehen, beim Ausziehen, beim Duschen, Essenszubereitung? Zum einen arbeiten wir sehr eng mit dem Beratungszentrum Pflege und Betreuung zu Hause, mit dem FSW zusammen, die ja diese Erstkontakte haben, von denen kriegen wir die Leistungsanforderung, also dem FSW. Der Fonds Soziales Wien bietet für alle Wienerinnen und Wiener Informationen im Bereich Pflege und Betreuung und vermittelt auch bei Bedarf auch entsprechende Dienstleistungen und fördert sie auch. Das ist beim Anziehen. 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 Das ist beim Anziehen Hallo und Anziehen. Das ist beim Anziehen. Ich sage wirklich nicht nur 3. Das ist beim Anziehen. Du kannst sie Fuß gesch kettlebell sein, Du kannst.